Ja. Wir sind am Arsch der Welt. Warte mal, das ist hier doch. Na ja, hier im Dings, da wo der Boss drinnen rumrennt in diesem Saftladen. Ja, kommt mal runter. Warte mal, hier muss doch, hier ist irgendwo eine Apotheka. Was ist das hier, eine Apotheke? Da hinten geht es aber nicht weiter. Da kommst du nur in das Haus rein. Warte mal, wir zeigen hier. Achso, nee, das ist auf der anderen Seite. Wolltest du die Apotheken ablaufen oder was? Ja. Das eine an der Expo, eine beim Kino. Und die dritte. Na ja, an der Mitte der Straße. Ja, genau. Wir müssen jetzt erst mal geradeaus rüber. Das ist hier immer noch ganz hin. Ich habe gerade keine Enturens, Alter, weil ich ständig überladen bin. Dann kann ich, levelst du meine scheiß Enturens nicht. Aha. Ja. Ja, warte mal. Das sind doch scheiß Krankenwagen hier. Ja, ja. Da muss ich doch auch noch was suchen. Das ist abgestattet. Aber ich weiß gar nicht, ob passiert, wie Krankenwagen die schon zählen. Oder man kann gar nicht so viele Maps aufmachen. Äh, Krausefenster aufmachen. Wo seid denn hier hin? Immer geradeaus. Ach, hier ist eine Tür. Hier war ich noch nie, Alter. Hier hinten ist deine erste Apotheke. Ach ja, ja. Hier war ich noch nie. So, okay. Apotheke. Jetzt müssen wir ja eh in die Mitte. Wir müssen ja... Jetzt laufen wir in die Mitte in die Straße und dann rüber zu Richtung Kino. Dann hast du die Apotheken schon fertig. Nee, wir müssen erstmal jetzt rüber in das Postgebäude. Da müssen wir ja Post abholen. Entschuldigung, ja. Und da können wir dann weiterlaufen zur Apotheke. Da ist ja der gleich im Anschluss. Und von da können wir dann rüber zum Kino. In die Apotheke. Und da, wenn wir das Kino haben, können wir zum Taxi. Was ja da sein wird, hoffentlich. Weil fährt ja keiner raus. Fährt ja keiner raus, ja. Bei den Krankenwagen, da musst du glaube ich fast alle Krankenwagen haben. Ja, hör auf, Alter. Und da steht genug hier. Sieben Stück oder acht Stück, Alter. Das ist dumm. Ich hab wenigstens alle in Nummer. Aber wie willst du das schaffen, Junge? In der Zeit? Das geht gar nicht. Das schaffst du zeitlich gar nicht. Wo ich glaube, da drüben rennt was ins Käff? Ja, ja. Okay. Ja, ja. Ja, klar. Der auch nur. Also. Schindelblau. Warte mal. Nein, passt gar nicht. So, noch ein Käff? Er schmeißt doch bloß die Kanadensiseln. Er hat Sticker. Ihr habt Frauen für meine. aus die scheiße ich bin ja schon draußen ich laufe mal ein bisschen nämlich hier über die Expo weil hier in der Bude sind halt immer Jusex also wer Jusex umbringen will muss da hin bei mir ruggelt es nur Junge das ist ja ein einziges Daumengino naja so schlimm nicht aber das merkst du schon extrem in der Bude ist ja das ist nur ein riesen Möpp hier wenn man sieht man ist schon gleich mein Sohn Papa hol dir dein Playboy da hat es nicht geschafft ich bin drüben in der Hütte drinnen vor der Richter den wir erschossen haben ok ja weil wir waren noch immer zu viert ja da wollte sich einer einschleichen ja der wollte es schamlos ausnutzen mein Arm hat er mir abgeschossen das Arschler ich bin über dem Parkerand in die Hütte rein seid ihr mit dem Haus schon ich bin mit dem Haus ich bin im Haus schon sag mal was ah ok die Playboy schießt da noch rum ja hier sind wir auf den Kirst gewesen was wo? der ist hier hinter dem Ding wusste der ich komme um die Ecke nein das heißt Journal das lacht ja hier hinten was nein wir sind doch gar nicht da wissen wir nicht hier ich brauche hier ein bisschen Eistee ich komme rein jetzt hier auf den grüner Tee du hast den ja gar nicht verdient rein und wo lang kann ach hier mal nachgebracht mal hier Klipper alter Klipperpack Klipperpack das lacht du hast wir sind hier im heilzentrum der raum hier ist nur für sanitären hier für sanitären anlagen du weißt was meine sanitätskram ja sanität ist nur für sanitären mitarbeiter aber ich habe ja nicht vollgeblutet immerhin kommen wir auch mal zu euch hier nähen sie sich zusammen und saufen und fressen er fliegt sich vielleicht bist du das ach dr teufel ich bin fertig ach so na dann los geht's oh die laser alter geil wie sie rum geil sieht es aus hier drei nur am fressen und saufen so jetzt bin ich fertig hier naja dann geht es jetzt weiter vollautomatik kann ich ja mal probieren jetzt die schieße nach unten so die werfen hier an der tür stehen ich komm ich bin schon draußen wenn ihr rauskommt bin ich links links rum da ist so ein eisentor offen hier bin ich jetzt muss ich klicken wir müssen eine deckung geben ist er tot oder rüstet er nur noch da müsste tot sein ja wie weit die tot immer noch weiter rüsten hm hm wir glaube ich wissen es nicht nur so frock das scheiß ding es hat aber zum glück nicht so viele sports hat das ich habe schon echt schlimmeres erlebt du musst das wo auch suchen ja dann wird es draußen hier im regal liegen hier ist doch letter über mein kopf das war ja da ist ein sniper ich habe nicht umgebracht das scheint okay weggeklappt wollen wir gleich hier raus rein und rüber da ist die apotheke die andere da muss man ja durchs fenster schießen oder hier geht es ja auch hinten raus aber eigentlich müssen wir nicht wir können jetzt müssen wir natürlich rüber rennen und da sind die arschlöcher von diesen lexus auto haus oder wir rennen die sehen uns glaube ich noch gar nicht so gut der sniper der ummer tot hat er müsste tot sein ja ok komm doch der teufel rauf muss mal rüber bleiben komm ja ich wollte nur das 10s mitnehmen was schießt doch noch was anderes lauft um euer leben ich bin hier drüben schon auf der anderen seite irgendwo mitten auf der kasse stehen da wo die straßenbahn ist da sind die da oben die blaue straßenbahn da stehen die davor ihr seht die nicht ich stehe da vor ich stehe euch gegenüber noch auf der straße hinter so einem pfeiler mir gegenüber stefan liegt ja stefan ist tot ja ja ich bin mitten auf der gasse ich sehe dich wieder in einer apotheke rum rennst du bist ja ich weiß nicht wo die hatte einen kurzen leuchtspur gesehen das war es ich kenne nicht mehr die du weißt du warte mal ich weiß was ich weiß ich weiß alles ich weiß dass er ich weiß ich weiß Ja. Ach da. So. Kannst du dich hinüber? Da war es vor dem! Nee, da gibt's noch. Du wirst ja. Oh, man sieht ihn nicht hier oben. Ich weiß nicht, ob ich ihn erwischt habe. Ich weiß nicht, ob ich ihn erwischt habe. Aber ein PMC rennt da oben noch rum. So. 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 Der PMC ist auch weg. Noch einer weg. Der PMC ist auch weg, oder nicht? Das weiß ich nicht. Ich habe ihn gerade hier im Clip nochmal voll. Dauert noch einer. Das 60er. Dann guck ich mal. Ja. Alter, hier liegen schon vier übereinander. Grenade aus! Nee, Gas noch da. Wenn der weg wäre, Mensch. Wenn der ins Hotel brennt. Aber. Ja, das wären wir. Ja, das wäre doch gut. Ja, das ist so gut. Das ist so gut. zu dir ist nicht nach wo ist der scheiß bmc ich heute nur warum holen ja das weg das dürfte es auch gewesen sein das wohnkind ja gerne mal ach so ich habe ja die mosel Hier oben liegen. Also kannst du ja noch einen MK16 mitnehmen, wenn du möchtest. Nö. Da nickt der Trottel. Boah, ich hab halt Angst, dass die vom Lexus hier nur einen reinpressen. Ich höre dich, ich bin ja vorne, nicht erschrecken. Komm jetzt zu dir. Wir sind noch nicht da, wir müssen noch in die andere Apotheke und dann zum Taxen. Ja. Oh. Was ist das? Oh, du hast noch gefehlt, Junge. Ich habe einen Pulver. Gute Fraule. Ich bin die Bände. Ja, der war er, der ist ein Jammer. Da gibt's mal Feuerschutz, muss mal vollklippen. Das dauert bei dem 60er so lang. Ich hab ne Idee, wie wir laufen. Wir gehen jetzt hier rüben rechts rein, aber nicht raus. Hier läuft doch was bleiben. Da kommt was. Okay, cool. Ich bin gleich fertig. Das ist immer das Blimme. Je länger du stehen bleibst, desto mehr kommen. Ja, weißt du, hier steht ein PMC und da kommt ein Skeffel angelatscht. Ja, ja. Und manchmal sitzen die auch nebeneinander. Die Arschlöcher. Oh, ich hab meine Auglieder. Ja, siehste. Das war so eine gewesen. Ne, das war meine wahrscheinlich. Brauchst du in der Factory? Ja. Brauchst du hier noch irgendwie Medizin, Helm oder sonst irgendwas? Ne, ne, hab alles. So, dann geh mal hier lang. Dann geh mal hier lang. Und dann ist das die Apotheke schon? Sieht aus wie eine Apotheke, oder? Ist einer. Ja, ja. Aber hat er nicht kling gemacht? Da ist er nicht kling gemacht. Jetzt? Ja, geil. So, dann rennen wir hier hinten raus zum Taxi. Da müssen wir halt aufpassen, dann kriegen wir es rechts und links. Und hoffentlich ist das scheiß Taxi da. Und hoffentlich ist das scheiß Taxi da. Und hoffentlich ist das scheiß Taxi da. Und wir haben ja noch fünf Minuten. Ja, ja, deswegen. Wir müssen uns sputen. Ja, was ist das, wenn das Taxi nicht da ist? Was haben wir dann? Courtyard. Aber wenn Courtyard auch nicht da ist. Dann würde ich sagen, können wir uns direkt hinlegen. Ey, immer ist das Taxi da. Nur heute nicht. Sind das Assis, Alter. Ach komm, das ist doch zu blöd, Mann. Collapse Train Crash Site. Crash Site, Alter. Courtyard. Ey, das wird echt haarig. Wenn Courtyard nicht offen ist. Dann würde ich sagen, können wir uns direkt hinlegen. Weil wir müssen die Idioten vom Lexus. Ja, jetzt habt ihr nicht. Bin ich hier vier Minuten? Nee. Dieses Drecks Taxi, Alter. Warum, Alter? Das ist so dumm. Jetzt ist die ganze Zeit da, bis ich die Quest nicht hatte. Jetzt habe ich die Quest, da ist die Scheiße nicht da. Stimmt. Stanz, okay. Wir haben noch ein Stanz. Courtyard ist zu. Aber wir müssen da lang. Feinde, Fels. Was ist das? Jawohl. Nee, es hat doch gerade was auf uns geschossen. Komm, bleib ich hinter dem Lkw nochmal irgendwo raus. So. Das sieht nicht so aus, halt. Das sieht nicht so aus, halt. Kommen wir hier nochmal. Was ist das? Oh, doch. Das sieht gut aus. Wachen Sie sich. Kann man irgendwann das Ding machen. Ja. Okay. Ja. Ja. Du hast da zugelernt, was? Gar nicht so gut. Aha. Na gut, dass wir da hinten, ich bin sonst nämlich immer vor dem kleinen, durch das kleine Tor und haben die mich aber gleich abgeämmt. Ja. Und heute, jetzt dachte ich, okay, probier's. Und da geht's auch da hinten gut lang. Das klappt, das klappt nicht. Und es hat geklappt. Es wurde belohnt. Drei Jusex umgeniedert. Drei. Drei. Ja. her